Willst du auf deinem Fuß stehen geblieben? Hallihallo Hallöchen liebe Rambazamba TV-Freunde, wir haben Videodeal-Zeit. Wir haben den gestern schon mal gemacht, haben ihn auch in der App schon online gesetzt, aber nicht bei Facebook und so weiter und so fort, weil wir haben einen Fehler gemacht. Wir durften den Markenhersteller des Videodeals nicht zeigen und machen wir natürlich nicht, weil das gibt einen erheblichen Ärger, weil das Teil ja draußen viel viel teurer ist, 29,95 Euro und wir verkaufen den Videodeal ja für 9,99 Euro. Und was das ist, das zeigen wir jetzt, kommt mal her, zwar haben wir einen Toaster, einen richtig schönen Toaster und zwar sieht man auch mal, das ist nicht so ein Spieltoaster, sondern das ist ein richtig großes Teil, dass man das auch mal sieht, voll Edelstahl, hier haben wir ihn ausgepackt, hier haben wir extra zugeklebt, damit man nicht mehr sieht, von welchem Hersteller der ist, ist ein Edelstahl-Doppelschnittstoaster, was auch wichtig ist, das passen auch die großen amerikanischen Toasts rein, die esse ich zum Beispiel so gerne. Kennst sie die, die etwas größeren und natürlich die kleinen. Das hat einen Brötchenaufsatz, das Teil, der ist integriert, den kann man natürlich auch hier runterklappen, muss man mal sehen, so, oder natürlich hier hochklappen. Das Ganze, wie gesagt, auch für amerikanische Toasts extra groß, Cool-Touch-Thermo-Toaster, das heißt, wenn der an war, heiß war, kann man den trotzdem in die Hand nehmen, gleich wieder in den Schrank stellen, da passiert nichts oder draußen stehen lassen. Auch cool, guck mal, hier ist eine Entfrostungstaste, das heißt, man kann gefrorenes Toastbrot reinstecken, Taste drücken, dann wird aufgetaut und dann getoastet. Wie gesagt, 29,99, 95 war der normale Verkaufspreis. Wir machen 9,99 Euro. Wir haben ungefähr 60, 70 Stück, so ungefähr, stimmt das? Ja. 60, 70 Stück und ja, sieben Bräunungsstufen, auch hier halte ich noch mal zu, ist vom Discounter, drei Jahre Garantie. Natürlich das Ganze, ach so, aufpacken kann man auch, ja, ist alles mit dabei und hier sind mal die Maße. Hier, das halte ich mal zu, ne, kann man auch mal draufhalten, alles dabei. Auch so ein Reinigungsaufsatz an der Seite, den kann man hier rausziehen, ne, zum saubermachen, Krümelfach nennt man das, ja. Okay, und ja, plus Versand, Versand ist 3, 4 Euro, ich weiß nicht genau, das, was uns Versand kostet, berechnen wir auch immer nur, wir sind keine, die hier sich am Versand bereichern oder irgendwie Verpackung berechnen oder sowas, Quatsch, ne. Aufkleber drauf, das, was kostet, wird berechnet und Abfahrt. Oben, hinten, unten, vorne, überall klicken, zum Bestellen, oder? Und ach so, es gibt noch einen Versandkostenschmerzlinderungsbeitrag und ja, in der Zeit, wo Sie toasten, können Sie natürlich spinnen, ja, ein Edelstahl, äh, Edelstahl, ein Edelstahl, einen Chromspinner gibt es dazu, kostet normalerweise 4,99 Euro. Wir haben den jetzt einfach mal oben mit draufgepackt, umsonst. Versandkostenschmerzlinderungsbeitrag, den gibt es bei jedem Toast einfach hier mit dabei und wer mag, kriegt natürlich auch noch eine Autogrammkarte dazu. Persönlich unterschrieben, aber nur wer mag, ne, wer nicht will, wir wollen ja keinen zwingen und weh, dem du bestellst, keine Autogrammkarte, so, äh, ja, jetzt, wie gesagt, vorne, oben, hinten, unten klicken und dann geht's los. 9,99 Euro plus Versand. Ciao.